Habt ihr schon einmal diesen Mann in euren Träumen gesehen? Wenn dies der Fall sein sollte, dann seid auch ihr Opfer von einem Mysterium, das weltweit tausende Menschen betrifft. Und zwar war dieser Mann, den ihr gerade sehen konntet, This Man. Dies ist angeblich eine Person, die in unterschiedlichsten Träumen auftaucht und niemand weiß warum. Vor Jahren kam dieses Mysterium auf, weil verschiedenste Leute auf Foren mitteilten, dass sie von einer komischen Person mit Halbglatze, zusammenwachsenden Augenbrauen und trotzdem seltsam femininen Gesichtszügen träumten. Diese Person tauchte einfach auf, stand da, obwohl sie diesen Mann noch nie zuvor gesehen hatten. Aber als sie ihn sahen, hatten sie keine Angst oder so. Sie hatten ein unfassbar entspanntes, gutes Gefühl. Manche Leute meinen, dass es sich bei diesem Mann um einen Traumreisenden handelt, der also quasi in Träume eindringen kann, während andere sogar glauben, dass es vielleicht eine Abbildung von Gott ist.